Oh, die spielen schon. Okay, dann kommen die Titels alleine. Oh, das ist dann nochmal rausgekommen. Ganz viel Gluck. Aber ich glaube mal, so ein Ding-Dong ist auch schon drin. Ding-Dong. Ja, das war's. Dankeschön. So ein Ding-Dong kann man sich schon mal gönnen. Okay, er macht jetzt. Will er jetzt einen machen? Ich weiß ja nicht. Könnte schon killen, aber bin ich sicher. Ja, Town City ist schon low ceiling auf jeden Fall. Oh, von da unten. Oh, okay. Okay. From the bottom to the top. Oh, kein Ende. Und da haben wir ihn wieder. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Und tschüss. 61% immer noch on Meta Knight. Okay, 75. Versucht er jetzt einen Grab zu kriegen. Oh. Leider gedroppt. Aber wäre schön geworden auf jeden Fall. Hat er gedroppt. Als wäre es heiß wäre. Aieieieieiei! Aieieieiei! Aieieieiei! Aieieieieiei! Aieieieieiei! Aieieieiei! Oh, hier Donkey Kong Fisch nach dem Grab. Meta Knight in der Luft. Was soll man machen? Was soll man machen? Oh, mit Rage! Tschüss, 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 tschüss. Boom! Es war auf jeden Fall ziemlich BOOM! PAP! Es gibt die 1-0 für Ruben! Ja, skoos, skoos. Das ist mit dem Fahrrad hier. Kann ich dein Fahrrad kurz ausleihen und nach Hause? Ich muss die Medaille nachholen. Wo ist Philipp? Philipp wird sich erstmal abregen an Millie. Ja, nimm mal Fox. Marv! 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 Mario, den spielst du doch gar nicht! Spiel doch Pit! Ey, wo ist denn Marv? Mario, sehr fragwürdig. Vor allem spielt er den überhaupt nicht. Sein Main ist ja Pit, muss man wissen. Das weiß nur wieder keiner. Geheim. Vielleicht packt er den zum letzten aus. Ja, hoffentlich nicht. Der ist ja viel zu OP. Ja, deswegen. Okay, also im Moment sieht das nach gar nichts aus. Aber vielleicht fängt er sich. Ich weiß ja nicht. Mario braucht erstmal einen Grab. Und so ein paar Prozent. Ja, jetzt geht's los. Jetzt könnte er eben schön bis 60, 70 hochkommen. Aber er kriegt keinen Grab. Das ist natürlich das Ding. Das ist das Ding. Ich kriege ihn leider nicht in den Grab. Nee, keine Grab-Zone hier. Okay. Ah, was? Wollte er den Fußstuhl? Mhm. Please. Wär cool. Wär cool. Wär cool. Hätte das natürlich geklappt. Klar. Aber ich weiß nicht. Es war die erste Up-Tilt-Kombo, die er hatte in dem Game. Und das war direkt die hier. Und die hat dann im Endeffekt zehn Prozent gemacht. Wow, Upsmash. Wow, Upsmash. Er spielt sogar jetzt mit Mario. Mario. Oh, alles wieder. Offen. Offen. Okay, wir sehen hier ein paar super greedy Smashes von Ruben. Weiß er nicht. Wow. Huf. Vielleicht war das Conditioning. Oder er hätte ich überhaupt keinen Bock mehr irgendwie nach einer Option zu suchen. zu killen. Hapos weiß auf jeden Fall, wie er safe spielt. Meistens. Okay, noch ein Grab. Oh. 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 Leider nichts. Oh. Oh. Wow. Fies. Okay. Ja, auf jeden Fall. Komische Läge von Ruben. Mit F-Tilt. Wow. Das kenne ich von Brawl. Brawl konnte man F-Tilt, F-Tilt, Down-Tilt, F-Tilt, F-Tilt. Wow. 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 Hat man einmal nicht aufgepasst. Er hat ihn mit den Ab-B mit seinen Schultern, so weißt du. Ach so. Also den Back-Hit praktisch. Ja. Okay. Kann man mal machen. Das war heftig. Das habe ich auch zum ersten Mal im Leben geschafft. Oh ja. Natürlich auf dem Turnier. Safe. Ist doch noch falsch. Und Mario ist eigentlich sein Ultramain. Ja. Jetzt kommt der Cloud. Okay. Schönen Down-B. Okay. Oh. Back to Smashville. Back to the Roots. Da wo KK ist. Mal gucken. KK Blood. Ich nehme an, dass... Ja. Also Ruven hat ihn auf jeden Fall genommen, weil Schwert Mario ist besser als Mario. Ja. Das Limit macht den Unterschied. Mhm. Du kannst aus den... Oh. Der kriegt da viele schöne Hits rein auf jeden Fall mit Cloud. Die ganzen Aerials. Das Limit ist schon aufgeladen. Mhm. Cloud mit 7%. Oh. Jetzt geht los. Ja genau. Das wollte ich eben sagen. Du kannst mit der Ab-Air echt gut raus aus den Kombos von Mario, sobald die nicht mehr True sind. Mhm. Anstatt da die ganze Zeit dich drum zu kümmern, kannst du dann einfach Ab-Air spammen. Ach stimmt. Ja. Dann machen wir nach. Oh, okay. Oh, oh, oh. Normalerweise macht er einen Crap. Ja. Warum man das nicht gemacht hat? Oh, mal gucken. Vielleicht bringt er das wieder zurück. Okay, also 39%. Eigentlich perfekte Kombo-Prozente. Oh, oh, okay. Schade. Oh, 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 okay, ja. Marius, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay, Mario an Edge. Oh, Cloud ist natürlich ganz heftig immer beim Edge Punishing meinem Ledge Game. Okay. Oh, oh, oh. Aber er versucht ihn zu punishen und wird dafür mit Downsmash gepunished selbst. Er ist perfekt mit der Upsmash reingegangen, aber keine Ahnung. Nach Limit, ey, das so lag ist. Ja, das lässt man am besten. Faust. Oh, da ist er praktisch mit den Händen rein in die Faust von B+. Wo man da eine Upsmash gemacht hat. Vielleicht dachte, die kommt früher raus, aber das weiß er auf jeden Fall jetzt. Sehr gutes Neutral von Ruven hier jetzt auf jeden Fall. Okay, Abtilt, 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 Abtilt. Oh, da war schon eine Abwehr. Ach was, ist er ja echt gut rausgekommen. Ich wusste gar nicht, dass es so gut geht. So 40, wenn er jetzt halt ein Grab bekommt, dann könnte er ihm theoretisch sofort das Limit abziehen. Er muss erstmal normal wie auf die Stage rein hier. Mal gucken, ob das Limit trifft. Oh, ja, er nutzt auf jeden Fall sein Limit. Ja, den gehend aus, dass er... Oh, oh, F-Tilt. Okay, 2-1. 2-1. War ein guter Counterpick von Ruven. Ja, bleibt... Jetzt kann aber Drehbus natürlich theoretisch... Also jetzt ist erstmal die Frage, wen er nochmal pickt. Aber wenn er nochmal Cloud pickt, dann werden wir mal gucken, ob da... Ja, dachte ich mir schon fast. Okay. Ja, weil sonst wäre nämlich der DK Donkey Kong kommen. Vielleicht auch Rosalina, aber... Na ja, ist nicht ganz safe eigentlich im Cloud-Matchup mit Rosa. Hm. Dann sehen wir nochmal das gleiche wie eben hier. Ah, schön. Up, down, 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 down. Alles. Okay, noch einen. Ja, das war nicht so gut. Da hat er ja den Step nach vorne nicht gemacht. Ah, 7%. Okay. Ah, es ist jetzt 28. Okay, gut. Schnell umgedreht. Jab. Ah. Er hätte lieber nochmal jabben sollen. Auf jeden Fall an der Edge. An der Edge immer jabben. Immer jabben. Okay, grab. Ah. Auch wieder gedroppt. War noch nicht clean genug der Mario. Oh, 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 okay. Alles auf einmal. Ja. Er hat ihn auf jeden Fall versucht, den Air-Dodge zu reden da mit der Back-Air. Oh, oh. Das ist es nicht. Oh, er hat es wieder geschafft. Auf die State. Oh. 69, 270 ist eigentlich even. Aber mit den Kombos ist es eher auf der Seite hier von Ruven. Oh. Oh. Oh, please. Ja, das ist es auf jeden Fall. Grab schon, Hattel. Okay. Oh, ultra-hard-read. Mhm. Ja. Oh. Schwierig. Oh. Dash-Attack. Abwehr, 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 Abwehr und Abbi. Mhm. Das war's. Boah. Kann man natürlich machen. Ach, scheiße. Boah, natürlich machen. Boah. Und damit wird Repus dritter Platz. Und der kriegt bestimmt noch einen Fünfer oder so. Der kriegt doch bestimmt noch einen Fünfer. Ja. Haha. Haha.